Grollturm des Grauens. Da ist bestimmt das beste Level einfach. Da freue ich mich ja richtig schon drauf. Das ist ja toll. Das ist ja wunderschön einfach. Guck dir das mal an hier, wie schön das einfach ist. Überhaupt nicht gefährlich oder so? Nein, gar nicht. Mann, jetzt geht das auch noch da hoch. Das ist ja toll. So, da fehlt uns die dritte, ne? Ja. Mann. Drecksvieh. Da ist nix drin. Da geht's lang. Da ist... Oh, oh, oh. Guck mal, was da ist. Aber wozu brauche ich das? Ich weiß es nicht. Ähm, wozu brauche ich diesen Pilz? Erstmal, wie komme ich hier runter? So. Ach, für da oben brauche ich den. Gut. So, war ich da schon mal? Ich weiß es nicht. War ich da... Hier war ich... Hier war ich schon. Toll. Ist das die erste oder die zweite? Ich glaube, das ist die zweite. Ne, ist die erste, ne? Keine Ahnung. Was bin ich hier? Toll. Das ist die zweite. Okay. Bin ich immer noch klein, was ich nicht brauche? Jetzt muss ich nur noch die dritte finden. Das klein sein ist natürlich immer toll, aber man wird halt auch leichter getroffen. Wow. Wow. Alter Schwede, komme ich da überhaupt hoch? Hier komme ich hoch. Und... Nein. Jetzt ist er nicht gesprungen. Mann. Ach. Wenigstens war ich beim Checkpoint. So. Gut. Jetzt fehlt nur noch die letzte Münze. Die Frage ist, wie finde ich die? Und wo ist sie? Und... Ja. Das ist eigentlich die gleiche Frage. Nicht ganz, aber... Frag mich, was da oben ist. Bestimmt irgendwas. So, jetzt... Hau nicht ab, du Pilz. Genau. Lass mich da... Lass mich hier hoch. Ach, nur Münzen. Wow. Ist ja einfach... Krasse Shit, Mann. Toll. Ach, Mann. Wollte ich da hochspringen, aber... Da war ich zu langsam und dann... War ich eingemauert. Ich mag dieses Spiel nicht. Oder dieses Level nicht. Ich weiß es nicht, was ich nicht mag. Auf jeden Fall hasse ich es, wenn ich dauernd sterbe. Da, genau wie jetzt zum Beispiel. Da hätte ich mal warten sollen. Wäre vielleicht klüger gewesen. Hätte ich das Sprichwort, der Klügere wartet? Oder wie ging das? Weiß ich nicht. So. Hm. Na komm. Das war nicht so schlau. Mann, diese... Okay. Ich hab das doch schon mal geschafft. Warum stelle ich mich denn jetzt so unglaublich dämlich an? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ach. Also möchte ich mich selber hauen einfach. Dafür, dass ich mich so unglaublich dämlich anstelle. Weil das kann ja nicht wahr sein. So. So. Jetzt aber hier. Pilz. Genau. So. Jetzt lass mich da hoch. Und lass mich da hoch. Und ach. Ein Münzenkreis. Wow. Was bringt das? Münzen. Münzen. Und eine Blume. Ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man die einfrieren kann. Nee, kann man nicht. Gut. Ich suche aber immer auch noch die Münze, ne? Nicht, dass ich das vergesse. Hier ist noch eine Eisblume. Und aber keine Münze. Warte mal. Halt. Da ist sie nicht. Hier war es hier nämlich schon fast das Ende. Sind aber auch fies versteckt manchmal diese... Au. Ach, wie fies war das denn? Ah, wie fies ist das denn hier wieder? Mann. Ach, scheiße. Ich glaube, ich weiß, wo die Münze ist, oder? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ob sie da ist. Bestimmt nicht, aber wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, ne? Hier war der... Ach nee, hier war der genau. Ich erinnere mich. Ah, haben wir dich. So, warte. Hier war auch nochmal eine. Ich lass die da mal stehen einfach. Da ist auch nichts. Da geht's auch nicht weiter, ne? Nee. Gut. Ich hol mal die vielleicht. Die Blume. Ups. So. Uah. Hilfe. Lässt du mich irgendwie hoch? Danke. Nein, 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 nein. Ah, scheiße. Da ist nichts. Gut. Danke, dass ich's jetzt auch weiß. Ich dachte, da wär jetzt die Münze vielleicht. Aber auch nicht. Nee, hier auch nicht. Da. Och, komm. Okay, ich muss nochmal das Level verlassen. Oder ich mach's einfach zu Ende. Das geht auch. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich glaub, zu Ende wird schwer. Aber naja. Schauen wir mal. Vielleicht schaff ich's ja. Ich muss auf jeden Fall klein werden. Und ich guck mal, ob hier... Nein, dann ist der auf der anderen Seite. Uah, vorsichtig. So. Ein Pilz. Das ist gut. So, dann hier durch. Und den Boss mal besiegen. Und dann nochmal das Level machen. Toll. Weil ich muss mit dem kleinen Pilz bis nach ganz oben. Boah, wie fies einfach. Alter, Schwede. Ist ja unfassbar, wie fies das ist. Ich muss diesen blöden kleinen Pilz behalten. Das ist nicht. Nein. Oh Gott. Kommst du runter irgendwo? Da kommst du runter? Wie soll ich auch... Wie hab ich den denn da besiegt? So. Ah, so. Okay. Ach, der fliegt zu schnell hoch. Scheiße. Kannst du gar nicht machen. So. Wenn er unten ist, dass du dann... Weil der ist zu schnell oben. Wie kann der überhaupt so schnell hoch fliegen? Sehr seltsam. Ach, besiegt. Ach, cool. So, jetzt darf ich nochmal reingehen und... Ach, du Scheiße. Das wird ja lustig. Oh Mann, diese Sternmünzen, die sind so fies. Versteckt einfach. Warum sammle ich die überhaupt? Ach ja, um die Bonuslevel zu machen. Äh, naja. So, jetzt brauch ich den Pilz. Der kleine Pilz. Wo war denn der? Halt, warte. Na, da hoch, so. Hier, und wo war der doch? Ich weiß gar nicht mehr, wo. Oh. Den hatte ich zumindest hier irgendwo bekommen. So, warte. Hier hoch. Halt. Nein. Wow. Da oben war das, glaube ich, oder? Da. Okay, jetzt darf ich doch durchs ganze Level mit diesem kleinen Pilz hier. Na toll. Der sich auch so komisch spielt, weil das Springen irgendwie total seltsam ist. Wow. Vielleicht ist es auch besser, weil dann bin ich so, bin ich viel kleiner und kann nicht so gut getroffen werden. Weil ich eben viel kleiner bin. Ist klar, ne? Logisch. So. Da war die zweite Sternmünze, glaube ich, hier. Ja. Kann ich eigentlich auch an der Decke laufen? Das geht nicht. Okay. Gut. Jetzt habe ich hier das. Das ist schon mal gespeichert. Das Problem ist, ich bin beim nächsten Mal klein. Das heißt also, das bringt mir gar nichts. So, jetzt, du musst mal da rüber, genau. Und jetzt lass mich da mal. Lass mich da mal. Und lass mich auch mal da rüber. Und jetzt lass mich auch mal da rüber. Und, alter, nein, nein, was machst du denn da? Mann, diese blöden Wandsprünge. Manchmal sind die echt nicht hilfreich. Manchmal sind die hilfreich, manchmal sind die total behindern mich beim Spielen sogar. Krass. So. Okay, da komme ich hoch. Aber das brauche ich eh nicht, weil ich muss ja kleinere Wandsprünge. Reinbleiben. Halt. So. Jetzt, nein, spring da hoch, genau. So, und da hoch. So, und jetzt hier hoch. Und jetzt die Rollen, okay, die rollen da schon mal weg. Das ist gut. So, wo kommt jetzt, der kommt jetzt da, okay. Und der kommt jetzt da. Und von da kommt anscheinend keiner. Das ist praktisch. So. Na doch, jetzt schon. Natürlich. Jetzt, wo ich oben bin. Ach, Mann. Ich weiß nicht, wie ich jetzt rüberkommen soll. Ich habe keine Ahnung. So offensichtlich nicht. Und ich kann schon wieder das Level nochmal machen. Ich brauche den Checkpoint gar nicht holen, weil jetzt bin ich wieder groß. Ach, Mann. Okay, gehe ich mal in dieses Level nochmal rein. In der Höhle des Stachelfischs. So. Achso, nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt hier stattdessen einen Pilz erstmal. Das ist gut. Und die Blume brauchen wir dann auch noch. Die Feuerblume. Und dann versuchen wir mal die ganzen, ne, ihr wisst schon, was ich meine, zu sammeln. Hat die ganzen Sternmünzen noch. Von denen ich ja... Jetzt, nein! Scheiße. Von denen ich ja jetzt weiß, wo sie sind. Bloß, ich kriege sie nicht, weil ich zu blöd bin. Das ist der Grund. So. Puh, das war knapp. Ist auch nur... Mann. Nein. Diese blöden Dinger hier, diese kleinen. Ich hasse sie. Das ist hier drin nix. Gut, dann holen wir mal die Feuerblume hier. Ich hoffe, ich schaff's. Ja. Dieser scheiß Fisch ist immer im Weg. Alter, wer denkt sich denn das aus? Alter, wer macht dieses Spiel? Weißt du, das geht nicht. Alter, das geht einfach nicht. Du willst dir die roten Münzen holen und dann ist dieser blöde Fisch im Weg. Das geht nicht. Alter, wer macht sowas? Du musst doch irgendwie, diese roten Münzen musst du irgendwie holen können. Und die kannst du offensichtlich nicht so einfach holen, weil dauernd dieser Fisch im Weg ist. Und sowas finde ich einfach nur scheiße. Liebe Entwickler, das ist doch blöd. Wer denkt sich das aus? Dieses Timing vom Fisch oder was weiß ich woran das liegt. Ist mir eigentlich egal. Ich will nur irgendwie so eine Schießpflanze haben. So, lass mich da runter. Genau. Wow. Hier sind überall diese... Ja. Lass mich da hoch. Genau. Und lass mich hier wieder runter. Und jetzt hier im Kreis. Genau. Und jetzt schwimmen wir in die andere Richtung. Und... Nein. Jetzt hoch. Oh, Mann. Mario, Mann. Schneller. Nein. Ach, ich... Okay. Ähm. Beenden. Ja. Gut. Alter, wie scheiße das einfach hier ist. So, warte mal. Also gut. Jetzt nehmen wir mal den Pilz. Jetzt will ich bald keine Items mehr. Ich hab vor allem keine Sterne mehr. Ich hab alles verbraucht. Krass. Na, sowas. So in der Höhle des Stachelsfischs. Ich wollte eigentlich eine Pause machen, ne? Aber ich schaffe ja hier wieder nichts. Deswegen... Kann ich das ja gar nicht. Ich möchte jetzt hier gerne... ...dieser blöden... ...vertrackten... Münzen sammeln. Das kann doch auch nicht wahr sein. Wer denkt sich denn den Scheiß aus? Alter. Stirb, du blöder Fisch. Nein! Ah, Drecks... Drecksschildkröte hier. Mann! Drecksschildkröte. Wieso geh ich überhaupt da unten lang? Ich weiß es nicht. Ich muss da eigentlich das Level nochmal... Ja, ich probier noch mal hier das. Probier mal hier nochmal mein Glück. Wenn der Fisch mich nicht behindert dabei, dann wird das auch klappen vielleicht. Mann! Nein, okay. Das klappt wieder nicht. Ich mach mal folgendes. Beenden. Ja, mein Gott, wie oft habe ich das heute schon gemacht? Ist ja unfassbar. Ich spiele einfach zu lange, glaube ich. So, jetzt reicht es mir, aber das muss ja irgendwie gehen. So. Nein, Luigi. Du sollst nicht für mich spielen. So, da möchte ich jetzt hin. Genau. Lass mich da... Wow, hau ab, du Fisch. Hau ab, du Fisch. Alter, ich hasse diesen Fisch. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Jetzt ist er tot, aber da kommt er doch mal wieder. Das ist ja das Problem. Du stirbst jetzt auch so. Kommt er jetzt wieder? Jetzt komm doch endlich mal wieder. Ich will dich töten. Jetzt kommt er natürlich nicht. Jetzt. Lass dich töten. Lass dich töten. Lass dich töten. Lass dich... Lass dich töten. Ja, na, also. Geht doch so. Jetzt brauche ich auch die roten Münzen nicht, weil... So, ne? Ihr wisst schon, warum. So, wenn ich jetzt den hier hole... Dann, na, das ist etwas doof. Nein, jetzt geht er hoch. Genau. So, jetzt kann ich die Münze nämlich holen. Und jetzt nochmal den checken. Komm ich da hoch? Doch, sollte ich eigentlich... Jetzt kann ich nämlich nochmal den Checkpoint holen und hab dann die Münze. Ah, wie praktisch. Ah, blöder Fisch. Blöder Fisch. So, Checkpoint mit Münze. Wunderbar. So, und jetzt kann ich mich endlich der Dritten widmen. So. Haartot. Blödes Vieh. So. Hier ist nochmal eine Feuerblume drin, die ich jetzt gerade nicht brauche. Sturb. Ach, das geht. Ach, krass. Ja, jetzt ist nur die Frage, was... Oh, warte mal. Halt. Was bringt mir das? Das, ich bis nach hier komme, bringt mir das? Ist ja auch praktisch. Aber was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Und vor allem, wie komme ich zu dieser Sternnünze da? Hä, wie soll ich da hinkommen? Hä, wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich da hinkommen? So, ja, offensichtlich nicht. Okay, wie komme ich zur Sternnünze? Was ist hier? Hier muss doch irgendwas sein. Hier sind doch nicht umsonst. Nichts. Nichts. Was? Alter, wer macht denn das hier und dann ist da einfach nichts? Alter, was ist denn das? Was soll denn das? Und dieser Fisch, ne? Also dieser Fisch, der ist ganz schön nervig. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ha, habe ich dich. So. Frage ist nur, wie zur Hölle soll ich denn da jetzt... Ich komme ja nicht mehr zurück. Scheiße. Okay, warte mal. Lieber Fisch, töte mich mal. Schade eigentlich, aber muss ich wohl. Das brauche ich wohl, weil sonst komme ich da nicht rüber. Das ist doof, aber lässt sich nicht vermeiden. So. Gut, jetzt habe ich zumindest die zweite Münze schon mal drin. Eingesammelt. So, jetzt kann ich auch... Halt's. Hier, ups. Wilder Fisch. So, eine von diesen vielen Dings hier mitnehmen. Die brauche ich nicht, noch nicht. Die noch nicht, die noch nicht. Okay. Ah, ein Pilz. Der ist gut. Das ist gut. Oder ist der gut? Ich weiß nicht. Kommt so wieder? Kommt ihr wieder? Danke. Nein! Das wollte ich nicht. Scheiße. Habe ich die weggekickt? So ein Scheiß. Die brauche ich doch. Mann. Jetzt, die brauche ich. Das klappt wieder nicht. Okay, mit Anlauf. Hahaha, so. Was bringt mir das jetzt? Ein Leben. Mehr nicht? Ein Warn-Up nur? Ernsthaft und... Was? War das denn? Alter, ich komme aber so nicht zur Dings. Zur, zur... Zur Münze. Wie soll ich da hinkommen? Alter, wie soll ich da hinkommen? Was war denn das? Ach man, dieser Scheißfisch. Ich bin was... Was versucht das Level jetzt zu beenden? Dass ich zumindest das erstmal habe. So. Warte. Der Fisch kommt immer genau dann, wenn man es nicht braucht, natürlich. Ist doch klar. Der soll mich ja auch ärgern. Ich glaube, dafür ist er einfach da. So, ich muss nachgucken, wie ich die dritte Sternmütze kriege. Ich weiß das für mich. So, warte. Pilz. Hier komme ich ja offensichtlich auch nicht hoch, ne? Ne, da komme ich nicht... Wow, nicht hoch. So. Ansonsten kann ich noch hier rüber, aber das bringt nichts. Ich sehe auch nichts. Weil ich komme auch da nicht weiter. Scheiße. Ach man, dieser Drecksfisch. Ich hasse den. Muss ich da vielleicht fliegen können? Ich weiß es nicht. Dieser Drecksfisch. Alter, ich hasse diesen Fisch einfach nur. Nein, Luigi, das... Ach, jetzt habe ich schon wieder diesen Fehler gemacht. Gibt es ja nicht. Ich weiß, der kommt auch immer gleich, ne? Der kommt immer zur gleichen... Auch an der gleichen Stelle. So. Meine Fresse in der Höhle, der Stachelfisch. So. Ich weiß nicht, wie ich die letzte Münze kriege. Es tut mir leid. So, ist mir jetzt auch gerade egal. Ich gehe jetzt einfach durch. So. Also, ich hoffe, dass ich es einfach schaffe, da durchzugehen. Vielleicht schaffe ich es ja doch nicht. Vermutlich nicht. Jetzt erst mal diese Dings hier. Warte, geh. Los. Da ist aber auch nur ein Leben drin, ne? Mann. Das passiert mir jedes Mal. Ist ja schlimm. Ach cool, jetzt ist er tot. Ist ja praktisch. Soll ich sogar ein Dings, das mir immer den Fisch tötet? Praktisch einfach. So. Sofern er da hinten überhaupt hinspringt. Ist ja auch schon mal wichtig. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Das weiß ich nicht. Wenn überhaupt, komme ich da hoch? Er macht den Wandsprung nicht. Mann. Der hängt da zwar an der Wand, aber ist zu kurz, um einen richtigen Wandsprung zu machen. Ja, ich habe wenigstens Leben gekriegt. Wie viel ich schon wieder verloren habe? Ich habe einfach nur durch diese Münzensuche. Ist ja schlimm. Was? Ach komm, ich habe doch... Ich habe doch das Ding. Mann. Ich habe ein Ding, ey. Ja. Nee, ich habe doch so ein... Mann. Das ist aber auch... Ich mache das auch falsch. So. So. Also gut. Achso, nein. Das mischt ja nicht. So, ich... Tot. So. Mistvieh. Jetzt schwimmt das Ding da unten lang. Egal. Pils. Komm her, du. Genau. So, jetzt zeige ich euch mal, wie es geht. So. Man muss es nämlich von hier aus machen. So. Dann kann man da durchrutschen, theoretisch. Hilfe. Hilfe. Ich... Ah. Okay. Ich dachte schon, ich hänge da jetzt fest. Ist das Leben da unten? Über unten. Wow. Kommst du mal? Kommst du mal? Nein. Ach. Ist das Leben auch noch weg? Ach, Mann. So. Der Drecksfisch. Komm, schwimm da hinten hin. Genau. So. So, schwimm in deinen Tod. Das ist gut. Noch ein Leben. Aber das hilft mir immer noch nicht dabei, da hinzukommen. Zu dieser Münze. Wie soll ich da hinkommen? Von dieser Seite aus ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich guck da nach. Es tut mir leid, aber da werde ich jetzt nachgucken. Da ist mir jetzt zu blöd. Sorry, aber ernsthaft. Ich schaff's auch schon wieder nicht. Komisch. Na gut. Level beendet. Yeah. Ach, Mann. Ja, ich würd sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Das war bestimmt schon wieder ewig überzogen. Ich weiß gar nicht, wie lange. So. Ich speichere mal und dann reicht's mir auch jetzt erstmal speichern. Ja, und dann muss ich erstmal mit Essen zum Kaffee oder so. Speichern beendet. Ist schon wieder 4.15 Uhr. Nachmittags. So, zurück. So, na dann. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn's euch gefallen hat, vielleicht auch mal die anderen Folgen sehen. Und dann, äh, also angucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.